Ich weiß noch immer nicht, wer der Zweike-Renner ist. Black Power Minions sind jetzt drauf. Wie sieht's aus? Einmal ein Zeichen von Startplatz. Alles klar? Einmal mit der Fahne. Ja, gut, alles klar. Okay, auf die Plätze. Fertig, los! Black Power Minions ist jetzt auf der Bahn. Und war vorhin auch ziemlich schnell. Aha, hier haben wir die Zielflagge. Jetzt haben wir die Zielflagge endlich auch hier. Naja, Achtung, jetzt kommt die Zielflagge hinten da. Fertig, los! Jawohl! Ball!